hier glitzert das auch hier das hier muss ich noch irgendwie was finden man auch von hier starten vielleicht von innen doch jetzt geht's wenn da irgendwie die farbe ändern von blau nach grün sonst würde es nicht so gut gehen hier einmal grün bitte also hier blau habe ich schon mal jetzt muss ich noch geld irgendwo aktivieren aber wo kann ich den aktivieren und deaktivieren hier dran hier wie mache ich das denn hier nicht für mich sah das richtig aus daran denn falsch dass wir das ja deaktivieren sehe ich vielleicht auch was falsch ist ja ich sehe jetzt was falsch war na so geht es nicht ich brauche hier noch ein und denn die warte so geht es nicht so diese geht es auch nicht so habe ich nicht direkt ein partner für das gelbe ich äh für das weiße aber so genau jetzt muss ich hier noch irgendwie die trennen ich mache erst mal das hier das hier ist einfacher das hier schon fast zu einfach ja so einfach kann ich nicht lösen moment das licht ist ja schon grün oder gucken wir mal hier raus ja ist grün okay ich hier einfach mich hinstellen und so das geht zum anderen na gut ist auch egal was was wieso habe ich das rätsel noch nicht gemacht ganz offensichtlich so ein rätsel ein rätsel was ich nicht verstehe weil ich nicht weiß wie das man das lösen kann so auf jeden fall nicht kann ich ja vielleicht irgendwie einfach so eins klauen könnte ich theoretisch machen oder spricht ja nichts dagegen so und die trennen und ich soll das vielleicht nicht so machen vielleicht einen weiter runter dann habe ich dann noch mehr freiraum so hier müssen wir noch irgendwo ach so gut müssen wir noch das hier irgendwie so dran das war voll richtig hey das ist ungerecht das war richtig ah nee das war nicht richtig dann versuche ich es mal so ja genau warte das war richtig so leicht lasse ich mich nicht verarschen also das war gerade so ich sehe schon den fehler der fehler ist hier wie mache ich das denn jetzt am besten so ja ja so könnte es gehen schnappe ich mich in mir hier so einen teil und 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 es geht das hier aber nicht so einfach kann ich das irgendwie noch verschieben ich könnte das hier so verschieben aber ich weiß nicht ob das jetzt was bringt äh ne da muss ich die irgendwie anders trennen so genau ich glaube hier dran ist noch was falsch bin aber nicht sicher probiere es mal aus ups ja genau jetzt ist es hier hä ach so und jetzt sehe ich die anderen Farben hier völlig anders ach so aha wie mache ich das so ganz rot ach so ach so das heißt die sind ah ja ja okay jetzt kann ich mir glaube ich so ein Gesamtbild machen von dem das tut aber schon ein bisschen weh mit den Augen das Rot naja egal naja egal so also ich hab hier schon ein bisschen rum probiert nicht wundern das ist ja anders das heißt äh ja hier abtrennen genau das da rechts war auch noch anders und äh ich glaube ich hab einen Fehler gemacht Moment so das sah nämlich nicht aus wie in meiner Skizze äh so genau ja ja und jetzt ist das hier okay äh Rätsel gelöst das hat uns jetzt auch wenig gebracht egal äh wir waren ja auf der Suche nach was anderem auf der Suche nach Freiheit ne wie kommen wir noch mal auf das Dach da äh ja von hier aus ne genau ich hab da nämlich was interessantes entdeckt da hinten ne das kann ich von hier das muss ich wahrscheinlich von einem Turm da den großen machen da hab ich nämlich was sehr interessantes entdeckt dann gehen wir hier mal hoch hm ich muss wohl ganz hoch oder ah ne von hier geht's glaube ich auch nicht oh ist das gepritzelt also war meine Vermutung richtig so jetzt auch ja da fliegt es macht nur Skull dazu Moment ist das weiß ich glaub das bedeutet wir haben da alle beim Dings ich versteh nicht wieso die Stadt hier äh zwei schwarze Säulen hat das ist mir jetzt nicht so ganz klar aber okay ist ja auch egal ich fahr jetzt mal mit nem Boot rum da haben wir ja was bei der Wüste gesehen da achte ich jetzt mal drauf ob da was ist ich hab so ne Strecke genommen ich hätte auch einmal um das Ganze gehen können aber das wollte ich jetzt nicht und ist vielleicht ein bisschen zu schnell eingestellt aber noch ah da ist es ja okay fahr ich jetzt mal langsamer zu langsam jetzt auch nicht zu schnell aber auch nicht so okay okay ja gleich haben wir es komm schon komm schon ja und 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 das ist jetzt schon ja ja okay ach so das ist ja lustig müssen wir dem so folgen Schritt für Schritt geht das schon genau dann haben wir jetzt gleich schon noch ein Stückchen und 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 ja dann haben wir jetzt auch schon dann kann ich ja mal weiterreisen ich glaube bei diesem Bahnhof fahren wir noch nicht deswegen bin ich da mal schnell hingeflogen gefahren ist aber auch schnell hier ich halte aber die Augen offen falls hier noch was ist den Bahnhof haben wir wohl einfach nur übersehen das ist ja ganz normale hier ich frage mich wieso man hier auch außenrum kann äh das vielleicht ist das nur Abkürzung äh Weg Sparung solche Mist ich glaube das äh das bringt nichts wenn ich da jetzt nochmal lang fahre okay ich habe hier viel zu viel gerade verpasst das sollte ich aber kriegen ja das hier sieht auch nach einem aus das ist aber wohl nicht aber hier sieht das die Burg da die hat an jeder Seite eins glaube ich äh ja muss ich dann später machen das ist aber keins verrascht mich irgendwie oh oh Moment ganz langsam ganz langsam äh hier ist auch noch eins und dann hätte ich das mitnehmen sollen und dann hier rum Mist muss ich ihn ganz normal zurück so jetzt wird es langsam langsam aber sicher mache ich das jetzt ich hoffe das Spiegelbild zählt nicht auch müsste ich jetzt zweimal lang fahren das wäre richtig nervig oh was soll das denn was ist das macht immer Geräusche ja kam vielleicht ein bisschen zu früh ich muss nämlich noch so einen richtigen schnellten richtig langen Bogen machen so jetzt aber macht aber das lange so jetzt jetzt mache ich aber langsamer ja warte gleich habe ich es gleich gleich ja ja komm schon komm schon unten wird nicht gekrisselt das heißt unter ist wahrscheinlich nichts hoffe ich mal jetzt ist er ja gut jetzt muss ich nur noch weiterfahren oh ne ne ich hätte hier nicht stoppen sollen dürfen jetzt mit Vollspeed no jetzt soll das aber kein Problem sein so das ist vielleicht ein bisschen hektischer aber schneller und ja perfekt das hier muss ich von der anderen Seite machen also dass hier nicht das hier ist dass ich hier herum kann dann so ähm das hält mal an war schon zu spät na tal war wieder zu voreilig na egal okay Vollspeed sollte das jetzt auch nicht so halb Halfspeed ist auch wieder so ein so ein so ein Strich vielleicht fängt das da an und hört da hinten auf da kann ich hier vielleicht umdrehen das kann ich sogar aha praktisch also ich kann hier einfach umdrehen ganz fröhlich das ist extrem praktisch gut dass das geht ich hoffe ich muss es auch nicht noch in meinem Schatten machen richtig nervig so anhalten und hier hin in Low Speed Nein, nein, nein Nein, nein ich bin ernsthaft oder? die wollen einen verarschen, oder? wollen die das? ja die wollen einen richtig verarschen gut dann mache ich das halt nochmal aber geht doch nicht okay ich weiß aber nicht ob das jetzt die einzige Form da war bei der Burg ich hoffe es mal so gleich müsste es gehen noch alles etwas nach links verschieben und ja schnell rüber rüber ja hab's okay ja okay das kann ich schon mal aktivieren jetzt muss ich da einmal rum los dreh dich so genau hier ja genau dann mal noch eine Form perfekt ach ja und hier hab ich ja noch was gesehen also hier als ich am dem Steg war sowas auffälliges Grünes ja das sieht schon ziemlich äh auffällig aus äh jetzt muss ich nur den richtigen Zeitpunkt abpassen nein der guckt ja mal auf die Karte vielleicht ein bisschen problematisch jetzt muss ich sowohl von der anderen Seite machen also von hier nach da oder und los so dann haben wir es gleich schon noch hier ein bisschen rüber jetzt müssen wir warten bis das Boot sich richtig dreht da oben ist schon das Ziel genau beim Laser äh beim Fahrstuhl ist das natürlich gleich gleich ja geschafft okay hier hier noch was gefunden wahrscheinlich ich garantiere natürlich für nix es leuchtet schon also muss es was sein genau cool weiß ich weiß nicht aus einer anderen Perspektive geht es wahrscheinlich auch vielleicht aus äh ich weiß nicht hundertprozentig geht es von einer anderen Perspektive auch noch ich weiß nur gerade nicht welche alle hier genau hier okay ich muss ja wahrscheinlich noch da äh und oh Gott ja in den Baumsturm noch rein und hier das sieht auch nur nach nach aus aber wahrscheinlich nix mhm ach von hier aus das ist wahrscheinlich noch ja hab ich schon gedacht okay hier ist glaube ich noch so einiges das hier habe ich gerade noch entdeckt geht da hin genau schön da rein das hier geht auf jeden Fall ja oh das hier geht auch haben wir noch eins sogar cool hier das sah ja schon immer so auffällig aus da warte hab ich's naja das ist es schon vielleicht beim anderen die Kugel hier ist schon ziemlich auffällig und der Leck der da rein perfekt reinpasst ist auch schon ziemlich auffällig ja natürlich muss ich das erst aktivieren und dann hier schnell das machen genau gleich hier rüber und da hier ist noch eins und das hinführt weiß ich auch nicht da cool hier ist noch was ich glaube ich habe was gefunden im Himmel das ist so cool so Lücken gehen also auch ich glaube ich hier auch was übersehen vielleicht das Gras ah ja das Gras ja genau dann habe ich das hier auch immer noch eine Krisselform das war die Baumform ne dann ist das wahrscheinlich auch ein Baum und die drei ah warte warte ich glaube ich habe es ich habe es hier so genau nice ein Hinweis ein Hinweis jo ah so ah okay hier ist auch noch was perfekt ich wusste doch dass man hier runter kommt das Ende nicht sehen so jetzt aber so und so einfach jetzt hier runter und dann hier so rum perfekt oh wir haben alles okay dann auf zum nächsten also das hier ist jetzt extrem auffällig äh das muss wahrscheinlich spiegeln irgendwie wo spiegelt das denn ah nicht wievon ja ja wo geht äh wo ist das Teil irgendwo da ach das gehört hierzu na gut ganz am Anfang des Spiels habe ich glaube ich jetzt eine geheime geheime Tür oder so gefunden auf jeden Fall kann ich mich hier daran nicht erinnern äh oh doch das war der Anfang hm na oh Moment easy natürlich alles geplant ich wusste natürlich dass das hier ist deswegen bin ich ja auch untergegangen ich habe jetzt einen Weg auf dieses Dach hier gefunden weil ich hier das hier habe ich nicht die richtige Perspektive bekommen jetzt aber schon ja muss da irgendwie drei Millionen mal rumlaufen und hier kann man dann hier rauf richtig nervig ich bin immer noch auf der Mauer und habe das hier gefunden der Weg hier ist ein Teil clever clever also die Wolke hier ist viel zu auffällig das hätte ich fast übersehen aber sowas kann mich nicht täuschen die Wolke ist einfach viel zu abgeschnitten sieht nicht natürlich aus ich habe hier noch so ein Rätsel gefunden so Stein das ist interessant und hier gibt es Dreiecke okay hier gibt es auch Dreiecke 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 nicht vielleicht wenn ich es so mache und dann hier die nehme dann fehlt mir hier auch nicht mehr so viel also den unteren habe ich ja schon ja ja was hat das jetzt gemacht ach hier okay hier hat sich wohl spontan neues Rätsel ergeben ein Rätselinchen äh komme ich dann hier hin da komme ich gar nicht hin da komme ich den Punkt hin als Ziel ist das auch ein das ist auch ein Ziel okay das geht so lang und dann komme ich zu dem Punkt täuscht mich nicht ich nehme einfach die Tafel auf und das Punkt ja äh wo geht es denn weiter ah Moment ist das echt so Moment tatsächlich ernsthaft echt jetzt ernsthaft lol echt das ist cool also das ist jetzt echt geil geil gemacht ich habe hier nochmal auf die Säule geguckt und da hat man deutlich gesehen dass ich diesen Part auch noch gespiegelt machen muss ganz lustig haben die Ersteller sich was ganz lustiges einfallen lassen endlich alter hurra ja also das Loch hier war also das war viel zu auffällig hier ist ziemlich wahrscheinlich auch noch was äh dafür muss ich glaube ich das Puzzle einfach nur kurz umstellen äh äh denn so genau so dann wird es ein zurückgefahren und dann dann fühlt sich das hier so ja also ist definitiv auch was aber irgendwie bekomme ich das nicht ganz hin so das geht echt das kam jetzt unerwartet damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet es geht tatsächlich ah hier so schon ein bisschen schwierig jetzt muss ich den Laser da wieder hin machen sonst bin ich unzufrieden das hier geht auch von dieser Seite perfekt ich wollte eigentlich wieder zu den Audiologs dann bin ich irgendwie hier wieder gelandet und hier ist sowas ja eigentlich wollte ich da jetzt nicht hin mir ist gerade die Z aufgefallen ne ist ja eigentlich völlig anders als die anderen und hier so ein Audiolog das könnte noch irgendwas bedeuten ich merke es mir mal das was ist wie welche Form hat das so drei vier Ecke wie sowas ich aktiviere hier mal alle die wir schon haben warte hier 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 scheiße hab's verpasst Mist hab's auch verpasst oder wieder mich verarschen ja das hab ich schon mal ich hab's erwischt äh wo muss das denn hin da anscheinend ich kann hier jederzeit stoppen hab ich gemerkt also ich kann hier auch hier mal direkt nach unten ist aber nix okay hab ich die beiden jetzt auch ach auf der Rückseite so gleich geht's los und ja ich hab's perfekt schnell rum dann hab ich die Form auch schon ich hab noch eins gefunden davor muss ich mich diesmal aber beeilen hab's gerade schon verkackt äh so ja hier müssen gleich den Mond auftauchen ja und dieser Mond ist weiß genau so ja perfekt äh und sind nicht da sind nicht da so jetzt muss ich schon wieder auf den Film warten oder was ganz oft oder willst du mich verarschen du musst jetzt auf den Mond warten bis sie hier ankommt oder was ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's